Ich hab schon wieder so ein leichtes Magenrummeln. Ja genau, genau. Seht ihr diese Teams, Alter? Der Kevin, der Bräune! Du musst halt einmal durchkommen und dann den richtigen Knopf drücken, dann ist der Tor halt drin, ne? Ich bin halt besser, ne? Ich bin halt eh viel besser als er. Hehehe, die Gegenbogen, der Eiermann ist da! Auf Wiedersehen, du Lusche! Jawoll! So ein Muzzle von ihm. Harry Kane! Oh, was ist das? Harry Kane! Junge, was haben wir dir überrannt? Nice. So, dann erstmal hier rein. Hier könnte ja auch so ein Teil drin sein, ne? Komm! Gucken wir doch mal! So, und weil ich dich hasse, einfach davon wegkloppen. Mir ist scheißegal. Okay, tschüss! 93 plus Moments Pack. Ich steh auf! Komm jetzt! Gib ihn mir jetzt! Gib's ihn mir jetzt, bitte! Ja, ja, okay. Ich wollte mich schon ärgern. Das ist doch mal so ein richtiger Stich in die Brust, Junge! Tschüssi! Mit 10 Mal will ich eh besser. Mit 10 Mal will ich eh besser. Ich hab' gesagt, ich bin besser mit 10 Mal. Ich hab' gesagt! Ich hab' gesagt! Ich hab' gesagt! Ich hab' gesagt! Zack! Und noch einen! Ha, 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 ha! Auf Wiedersehen, Junge! Ha, 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 ha! Tschüssi! Boah, wir machen auch... Ich mach' auch gar nicht lange hoch. Aufmachen! Fertig! Karten sind gut! Nehmen wir auch einfach Quadrado mit. Ich mach' auch gar nicht lange hoch. Karten sind gut! Nehmen wir auch einfach Quadrado mit. Zack!